Hier ist ein Sonderevent, 1 Kilo bis 1,5 Kilo Forellenfisch. Na also, oh wie schöner Fisch, wow was für einer, schön. Mein Liebermann. So, ab in, wow, was ein schönes Teil. Auf TFTs Boden. Wieder eine schöne. Hopp, wer? Hinein mit dir. Jawoll. Oh, das ist ein Klotz. Gelbswasser, das Boden. Wir haben das noch gehabt, nicht? Ja, super. Ich glaube, wenn ich gelaufen habe, hat sich das hier verschwimmt. Ja, guck mal, wir gucken mal. Ja, guck mal, wir gucken mal. Ja, guck mal. Na komm her, mein Freund. Schau hinein. Na komm her. Super. Auf grün, schwarz. Moritz, tust du mal eine Käschere? Ja. Jawoll. Warte her und her. Moritz, helft mir. So, Moritz. Super, danke dir. Ja, jetzt hat uns der Regen voll erwischt, aber es ist Zeit, vor nach Hause zu gehen. Am 7. und 8. Dezember machen wir Nikolaus fischen. Wenn ein Nikolauskostüm kommt, kriegt doppelter Besatz. Die Kart kostet dann da 30 Euro. Also, viel Spaß am Wasser und im Wald. Lachen so die Jungs. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.